Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um einen Wirtschaftsindikator, der vielleicht nicht so bekannt ist, der trotzdem gewisse Hinweise liefern kann über die Marktlage, über die Konjunktur und vielleicht auch helfen kann, gewisse Trading-Entscheidungen zu treffen. Bevor ich diesen Indikator zeige, werfen Sie bitte einen Blick auf den Disclaimer, den finden Sie unten in der Videobeschreibung. So, worum geht es bei diesem Indikator? Es geht um die sogenannten Heavyweight Trucks in den USA, also um die schweren LKWs. Das sind die LKWs, die mehr als sechs Tonnen wiegen und diese blaue Fläche hier stellt einfach die Anzahl der Verkäufe beziehungsweise der Zulassungen von diesen LKWs in den USA dar. Die Historie geht bis 1967 zurück, ab dann wurde dann diese Anzahl quasi gemessen und Sie sehen, dass im Laufe der Jahrzehnte dieser Indikator tatsächlich von großen Schwankungen geprägt war. Es gab teilweise sehr, sehr hohe Stände oder sehr, sehr hohe Zahlen an Zulassungen, aber auch gewisse Tiefs, je nachdem, in welchen Jahren man sich befand. Und die Phasen zwischen Stärken und Schwächen haben sich dann seitdem abgewechselt. Ich habe hier mit roten und mit grünen Pfeilen diese Hochs und Tiefs gekennzeichnet. Und man sieht das zum Beispiel, wenn die Anzahl der Zulassungen ein hoher erreicht hat, dass der Rückgang teilweise sehr, sehr abrupt ausfallen kann. Andersrum, wenn ein Boden gebildet worden ist, dann kann es auch mit der Anzahl der Zulassungen wieder sehr, sehr schnell hochgehen. So, und was sagt uns dieser Indikator? Grundsätzlich ist dieser Indikator auch ein Maß für die Gesundheit der Wirtschaft in den USA vor allem. Und zwar ist es so, dass wenn mehr Waren oder mehr Güter transportiert werden müssen, dann brummt quasi die Wirtschaft und deswegen braucht man auch mehr LKWs, um diese Güter zu transportieren. Andersrum, wenn die Wirtschaft sich abkühlt oder verlangsamt, dann braucht man auch weniger Transportmöglichkeiten. Und deswegen nimmt die Anzahl der Zulassungen von diesen schweren LKWs ab. So, und ganz interessant an dieser Stelle, ich blende jetzt einen anderen Indikator ein, und zwar die Rezession in den USA. Das sind dann diese grau schattierten Flächen hier. Ja, und fällt Ihnen etwas auf, wenn ich das gemacht habe? Es dürfte relativ einfach zu erkennen sein. In der Regel ist es so, nachdem die Anzahl der Zulassungen der LKWs ein hoher erreicht hat und anfing abrupt zu fallen, dann folgte auch fast immer, nicht immer, aber fast immer in den USA eine Rezession. Ja, man sieht es hier sehr schön, hier, 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 hier und da. Es gab noch ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel 1994, 1995 oder 2015, 2016. Da gab es vielleicht nur eine kleine Abkühlung der Wirtschaft, aber ohne Rezession. Aber ansonsten gab es oft Situationen, wo nach diesen Hochs bei den Zulassungen der LKWs eine Rezession folgte. So, und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Markt selbst, also zum Beispiel mit dem Verlauf des S&P 500, das wäre dann diese gelbe Linie hier. Gut, je nach Skala ist es nicht unbedingt zu erkennen, aber in der Regel ist es natürlich so, dass auch im Rahmen einer Rezession der Aktienmarkt es schwer hat. Und man konnte jetzt zum Beispiel sehr, sehr schön hier 2020, 2000, Entschuldigung, 2000 sehen, wie der Markt dann kollabierte. Das war die Dotcom-Blase. Und man kann sehr schön erkennen, dass die Anzahl der Zulassungen der LKWs schon ein paar Monate davor am Fallen war. Das heißt, das Hohe wurde gebildet, bevor der Aktienmarkt sein Hohe gebildet hatte. Auch hier sehr schön zu erkennen, 2006, auch hier hatten wir ein Hohe gebildet bei der Zulassung der LKWs. Dann ging es abrupt bergab. Und das war schon ein paar Monate vor der Finanzkrise. Und warum ist Ihre Indikator insofern wichtig? Man muss bedenken, dass diese grauen Schattierungen, diese Rezessionsphase in der Regel nie live eingezeigt werden. Das heißt, wenn eine Rezession angefangen hat, erfährt man das in der Regel mit ein paar Monaten Verzug. Teilweise auch zwei, drei Monate später sagt man dann rückwirkend, dass eine Rezession begonnen hat oder vielleicht sogar zu Ende ist. Und deswegen sollte man sich jetzt nicht darauf verlassen, dass man diese grauen Bereiche hier, der Rezession immer zeitnah erkennen kann. Bei dem Indikator der LKWs zum Beispiel ist es so, dass die Daten so ungefähr sechs Wochen Verzug haben. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier bei dieser blauen Linie die Zahlen vom 1. März 2023 und die Daten von April werden eher so Richtung Ende Mai veröffentlicht werden. Also auch da ein bisschen Verzug, aber nicht so stark wie mit der Rezession. Ich nehme wieder den S&P 500 weg, damit wir den aktuellen Verlauf von diesem Indikator erkennen können. Wir sehen, dass zwischen Februar und März es eine kleine Korrektur gab bei der Anzahl der Zulassungen, aber es ist noch nicht so aussagekräftig genug, um da, ich sage mal so, Erkenntnisse daraus abzuleiten. Wir nutzen diesen Indikator mit den LKWs in unserem übergeordneten Kassandra-Indikator und wir vergleichen dabei diese blaue Linie sozusagen mit einem 18-monatigen gleitenden Durchschnitt beziehungsweise exponentiell gleitenden Durchschnitt. Und wenn diese blaue Linie dann unter diesen Durchschnitt rutscht, dann gehen wir davon aus, dass wir tatsächlich ein negatives Signal in der Wirtschaft haben. Ich zeige es hier nochmal anhand dieses Bildes, was wahrscheinlich bekannt sein sollte inzwischen. Das ist der Verlauf des S&P 500 beziehungsweise des SPY in dem Fall und darunter sehen wir den Kassandra-Indikatoren. Sie können hier auf der rechten Seite im Bereich der Konjunkturindikator die sogenannten Heavy Truck Index erkennen. Das ist genau der Indikator, den ich gezeigt habe. Und hier ist es auch nochmal geschrieben, dass wir diesen Indikator, diesen Index mit einem 18-monatigen exponentiellen Durchschnitt vergleichen. Und momentan sind wir noch im grünen Bereich. Es ist aber klar, dass wenn diese Linie in den kommenden Monaten noch weiterhin fallen sollte, dass wir dann ein negatives Signal für die Wirtschaft haben. So, diese Indikator zusammen mit ganz vielen anderen Indikaturen ist mittlerweile auch separat erhältlich. Das ist der Lauf unter die Marke des Indikatoren-Schmieds sozusagen. Mehr Informationen dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und zu diesen zwei Indikatoren selbst, also zu dem Heavy Truck Index und zum Rezession-Indikator, auch da finden Sie die Links in TradingView direkt unten in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, das war für Sie hilfreich und vielleicht wird diese Indikator ein Bestandteil von Ihrem Cockpit sein, um Anlage- oder Tradingentscheidungen zu treffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.